Wir müssen den Barajsch sichern, den Barajsch. Machen wir mal. Nicht schlafen. Ich muss sagen, die Castle-Barrikaden sind jetzt nicht wirklich so der Bonus. Wir sind's auch nicht. Wir sind schon ziemlich gut, wenn man ein Feuergefecht hat, klar. Aber hat man eine Map. Warum hast du schon wieder Mute genommen und nicht Ash? Ach nee, weil Ash Angriff ist. Achso. Hast du keinen anderen aus FBI? Wer ist denn der andere? FBI-Defer. Keine Ahnung. Ich hab nur Thermate und Ash als FBI. Und ich hab Castle und Thermate. Da fehlt noch einer. Ich kann mir nicht vorstellen, welcher das war. FBI. Kommt noch. Paprika. Was schreibt er? Hast du gesehen? Paprika. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Oh Gott, hier. Aber da bringen wir nicht ins Castle-Barrikaden was. Hier brauchen wir noch eine Wand. Ich wurde entdeckt. Ja, da ist eine Drohne. Ach, die kommt aber nicht weit. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter zokalisiert. Zehn Sekunden. Wie? Hier ist... Ah, hier ist eine Dings-Drohne. Schockdrohne. Oh, warum... Warum habt ihr die nicht gesehen? Die kam von vorne. Die Dage stört es. Oh, diese Scheiß-Schockdrohne hat all meine Dinger kaputt gemacht. Die kommen gleich. Boom. Die kommen von oben. Hier ist einer drin, ne? Oh, ich hab's gemerkt. Was? Wo denn? Egal, ich hab meine Barrikaden gesetzt. Arschgeigen die. Ey, ich hab doch auf ihn geschossen. Mann, ergeblich hat der keinen Schaden bekommen, obwohl ich ihn zweimal getroffen hab. Mit Blut. Lol, durch meine Kresse war ich grad auch hingekillt. Was? Oh, und der andere hat ihn gekillt. Und der andere hat ihn gekillt. Und der andere hat ihn gekillt. Das war's. Das gab's. Das sollte einfach nicht sein, ey. So dumm. Jetzt kannst du Äsch spielen. Ich kann auch Arsch spielen. Kannst Arsch? Arsch schmecken Ketchup. Boah, ich würde gleich sowas von... Kacken. Du wolltest sicher Kacken sagen. Please Firm Aid. Schreib dir eine. Was hat er geschrieben? Please Firm Aid. Ja, hab ich doch genommen. Ja, wollte wahrscheinlich selber nehmen. Schätz ich mal. Das ist ne... Das klingt logisch, ja. Ja. Nö. Hab Pech gehabt. Ich brauch dich fest selber. Oh, die sind ja weit gekommen, die... Und weg ist es. Schnell ist diese Fahne. Geil, don't mark. Ich kann so einfach das Ding umdrehen. Fünf Sekunden bis Einsatz. Also man bekommt fünf Punkte für Spannen, sehe ich gerade. Die haben sich gerade selbst getötet. Gut gemacht. Siehst du einmal rumspringen? Hat sich gelohnt. Lol. Was für Idioten. Das sind wahrscheinlich zwei Zweierteams. Das ist Strom, Mann. Ich hab euch nicht Kontakt zu den Weißen, wenn er nähe ist. Ach komm, lass mich doch... Ach, ich hab ja Ash. Ich hab vergessen, dass ich Ash habe, ne. Ich wollte dir die ganze Zeit meinen Dings... Ja, ich wollte den in meinen Dings planten. Und deswegen hab ich extra den Schock gerade ausgeschalten. Aber ich dachte mir so, höh, warum ziehe ich mal meine zweite Knarre raus? Ach so, ja, ich bin ja gar nicht Ash. Du bist, du bist Ash, sondern nicht der andere so rum. Ich bin Arsch. Aber die haben wieder Twitch, der bringt das wieder nix. Dann nehme ich hier meinen supercoolen Typ. Supercoolen Japaner. Hi. Hi. Hi, Setzai. Da ist er. Da war. Genau. Hätte ich jetzt auch gesagt. Guck mal hier, wir haben mega kühle Positionen. Auf keinen Fall. Ich habe die Wand verstärkt. Wir brauchen hier noch ne Wand, wenn du eine hast. Weiß ich nicht wo. Hier, da wo mein gelber Punkt ist. Äh, ja, kann ich. Du kannst doch auch von außen machen, ist egal. Ja, darum ging es jetzt gar nicht. Ich schieß nicht ab, der. Die sind Drohnen nahe drinne und ich habe versucht, sie abzuschießen. Eingang ist sicher. Da kann ich nichts zu machen. Und oben. Alter, hinter uns. Die kommen hier. Mal so, wenn sie kommen. Ich gehe auf der anderen Seite, mich verstecken. Einen tot. Ne, verletzt nur. So, jetzt tot. Ist noch einer oben. Was? Der hat mir direkt ne Headshot gegeben. Hier ist einer bei mir. Der muss über zwei Dinger springen. Den habe ich auch in Headshot gegeben. Alter, hier ist noch einer. Pass auf, pass auf. Da vorne. Vorne. Sicherung des Bio-Gefahrgut-Behälters unterbrochen. Ja, das war gut. Sehr gut. Gnade geschnitten, Damage. Der eine Typ, hätte der zum Bio-Gefahrgut gehen wollen, hätte erst über mein Schild und dann über ein anderes Schild nochmal springen müssen. Das hat ihn mega aufgehalten. Habe ich ihn sehr gut außer Fassung gebracht. Ja, die Kesselbarrikaden funktionieren. Naja, ja, in manchen Webs. Wo wie hier jetzt gerade, in dieser kleinen Ecke da, ich weiß nicht. Witzigerweise frage ich mich, wie der Typ, ich wusste ja, dass der kommt. Und ich habe auch dahin gezielt, aber wie der nicht in meine Falle gelaufen ist. Der hätte ja genau reinspringen müssen eigentlich. Wie er das geschafft hat. Und dann kommt er in der Ecke und gibt mir instant Headshot. Ich hatte keine Sekunde zum Reagieren. Also, das war seltsam. Das kannst du mir eigentlich nicht erzählen. Wir müssen bedenken, alle anderen sind Cheater, nur wir nicht. Das sah wirklich nicht koscher aus, wie der mich da abgeschossen hat. Ich brauchte nicht mal eine Millisekunde, um zu zielen. Das hat wahrscheinlich nicht mal gezielt. Das ist ja Hüfte. Hey, der Arsch ist einfach beim Laufen, hat er mich gekillt. Ja, die schießt mich wieder gegenseitig an. So ist richtig, immer zwischen die Beine springen. Wie ein Gigolo aus den 1980ern. Ja, jetzt bin ich nicht in den Schocktrats. Bis jetzt, nicht. Ja, einer ist rausgegangen, um in den vier nur. Und der hat wirklich als auf mich geschossen, hat sein Kumpel in die Beine geschossen. Ist der dumm? Du musst das. Genauso, nicht anders. Ja, schauen wir mal. Wen hab ich denn jetzt? Äh, ich hab Sermite, ne? Ich spreng mal die Wand hier auf. Weil Sermite kann nämlich hier duel. Hab einen. Hätt irgendwas nach mir geworfen. Ach, C4. Hä, wer hat auf mich geschossen? Was? Ich hab gerade noch einen Feind gesehen. Und den... Und den... Lol, ernsthaft? Draußen ist einer. Draußen ist einer. Das war gut, dass der eine noch nicht gekillt hat. Sehr schön. Der Biobehälter ist sicher. Hat er wieder gezeigt, dass Sermite... Nice, der... Was mit Cheats? Hab ich den Typen gerade gekillt? Weiß ich nicht, ob du das warst. Der Cheater, der gesagt hat, ich würde cheaten? Ach. Skill, mein Freund. S-K-I-Doppel-L. Win, win. Skill.